Viele Menschen, so können wir vielfach hören, die sich kritisch zu Entwicklungen in unserer Gesellschaft äußern, würden auf der Suche nach einfachen Wahrheiten populistische Wege einschlagen. Mir will vielmehr scheinen, dass es der viel einfachere und bequemere Weg ist, einfach nicht kritisch zu hinterfragen, einfach mitzulaufen und vor allem moralisch unverdächtig zu bleiben. Ob in Fragen der Energie, der Migrations- oder der Coronapolitik, allein das schweigsame Mitgehen qualifiziert schon für die Mitgliedschaft im Verein der Guten und Klugen. Am Ende stellt sich eine simple Frage, die in ihrer Bedeutung immens unterschätzt wird. Ist man selbst vom offiziellen Systemkurs und all den Folgen, die aus ihm resultieren, existenziell betroffen? Wenn nein, und das gilt immer noch für sehr viele Menschen in Deutschland, dann fällt es wesentlich leichter, das etablierte politische Vorgehen weniger hart zu beurteilen. Was sind schon einige Verbotsregeln? Warum sollte man auf Überwachungsstrategien oder Impfpflichten verzichten, wenn es um das Gesundheitswohl der Gesellschaft und um Solidarität geht? Warum sollten Menschen nicht abgestraft und ausgegrenzt werden, die sich nicht konform und damit verdächtig und unsozial verhalten? Was sind schon Selbstbestimmung und Selbstverantwortung, wenn eine technokratische Ordnung viel mehr Sicherheit und Gesundheit verspricht? Finanz- und Pharmakonzerne, große und finanzstarke Stiftungen, Big Tech, aber auch große Teile der Wissenschaft, sie stehen alle bereit. Sie stehen bereit, ein neues Leitbild zu prägen. Die medikalisierte Welt und der transparente, gut vermessene und bald vielleicht schon technisch verbesserte Mensch. Im Sinne dieses mechanistisch gedachten Leitbildes wird der Mensch präziser, der menschliche Körper zu einer kontrollierbaren und potenziell technisch erweiterbaren Funktionseinheit. Big Data goes medicine. Für alle, die außer bei Corona-Fragen weniger im medizinischen Feld unterwegs sind, sei an dieser Stelle hervorgehoben. Das ist keine neue Vision. Und, hier lege ich einen sehr großen Wert darauf, ganz sicher keine Verschwörungstheorie. Die Pandemie hat diese Denkrichtung nicht hervorgebracht, lediglich verstärkt und im Bewusstsein, so mancher, vielleicht auch legitimiert. Seit Jahren wird eine Transformation der Medizin schon propagiert. Wie gesagt, das ist kein neues Thema. Datenströme statt Theorie und Modellbildung. Korrelation statt Kausalität. Die süßen Träume der großen Datenkraken werden auch im Hinblick auf die Medizin schon lange geträumt. Nur leider fehlt auch hier ein breiter öffentlicher Diskurs. Die Corona-Pandemie hat diesen Träumen eine weitere Pforte in die Wirklichkeit geöffnet. Doch wo ist die Mitter-Ebene? Wo ist die Würdigung der Errungenschaften einer Evidence-Based Medicine? Wo ist die wissenschaftliche Skepsis, die kritisch hinterfragt, ob riesige Datenmengen und aus ihnen herausgelesene Korrelationen tatsächlich eine nach Kausalitäten suchende Forschungsintention ersetzen können? Und vor allem, welches Menschenbild liegt diesen datenbasierten Visionen von Gesundheit zugrunde? Ich könnte auch fragen, wo bleibt in dieser Betrachtungsweise das verleiblichte Subjekt, als das wir in dieser Welt sind? Einen Körper, der vermessen werden kann, haben wir. Doch Leib sind wir. Leib als die in unserer mentalen Welt repräsentierte und erlebte Körperlichkeit. Unser Sein ist ein in eben diesem Leib zentriertes und beseeltes Sein. Wo bleibt die Bedeutung einer je individuellen Entwicklungsgeschichte, die das biografische Selbst erst speist? Wo bleibt die tiefe und Verlässlichkeit der sozialen Beziehungen und Bindungen, die Urvertrauen, Regulation und positives Selbsterleben erst ermöglichen? Wo bleibt die Sinn- und Bedeutungsebene des eigenen Daseins? Und wo die psychophysische Resilienz, die auf den Eckpfeilern von Autonomie und realitätsadäquater Informationen aus der Außenwelt ruht? Die Ottawa-Charta der WHO von 1986 würdigte die Selbstbestimmung des Menschen. Was ist davon noch geblieben? Also, mein Ziel ist es, mit den Menschen, die mir nah am Herzen sind, ein freies, ein selbstbestimmtes und ein gutes Leben zu leben. Doch was gut ist, das mit Verlaub werden für mich weder Journalisten noch Politiker und schon gar keine Silicon Valley Propheten mit ihren Visionen einer transhumanistischen Zukunft bestimmen. Menschliche, biopsychosoziale Gesundheit ist ein komplexes Unterfangen. Es wird Zeit, dass wir uns wieder darauf besinnen, allen Ebenen menschlichen Seins gerecht zu werden. Ich für meinen Teil werde nach diesem Videodreh das tun, was meinem Sein so unendlich viel Sinn verleiht. Ich nehme meine Frau in den Arm und Gönne mir ein Glas guten Rieslings. Ganz ohne Vermessung, ganz ohne Kontrolle und im tiefen Empfinden von erfüllter Kohärenz, wenn ich sie in meinem Arm halte. In diesem Sinne sehr zum Wohle und alles Gute für Sie und Ihre Liebsten.